Einen wunderschönen guten Tag. Die Suns of Libertas sind heute, wie man unschwer erkennen kann, in Berlin am 4. Februar zum 118. Geburtstag von Ludwig Erhard auf dem Ludwig Erhard Symposium. Geladen hat Roland Tichy. Es werden super Redner hier sein. Einmal Matt Britton, Präsident von Google, Europa, Mittlere Osten und Asien. Fabien Nestmann, der Uber-Chef Deutschland. Hoffentlich kriegen wir den auch noch vor die Kamera. Wird mit Sicherheit sehr interessant, was er uns zu erzählen hat. Dann Andreas Mundt, Präsident vom Bundeskartellamt. Brauchen wir nichts weiter zu sagen. Benjamin Mickfeld, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und EU-Kommissar Günther Ettinger. Wir haben ja also einen super Staatsauflauf. Hoffentlich kriegen wir einen von denen noch vor die Kamera. Habt Spaß dabei.